Das hier ist ein voll elektrisch ausgeführter Hubsenkförderer von der Firma Expert Tünkers, den wir ab sofort alternativ zu der stehenden Anlage anbieten können. Alle pneumatischen Komponenten wie Abstecker und Stopper werden hier bei dieser Anlage elektrisch ausgeführt. Um den Hubsenkförderer in bestimmten Stationen wartungsfreundlicher zu gestalten, besteht die Möglichkeit, beide Hubsäulen einzeln, aber elektrisch synchronisiert zu gestalten. Auf diese Weise spart man den Servomotor und die Kardanwellen unter der Rollenbahn für Aufbauten wie beispielsweise die Bodenspanntechnik.